Aha, ja, nachdem wir ein bisschen plötzlich letztes Mal aufgehört haben, geht's schon weiter. Für euch wird da ja nicht allzu viel Zeit vergangen sein, aber für mich schon. Kapitel 7, falsches Spiel, das Passwort. Ähm, ähm, ja, jetzt, ähm, ich muss eben schauen, was ich nochmal machen muss. Zutu zum Harpenhauptquartier geschaffen. Also ich weiß, dass der mich gesucht hatte, der eine. Ähm. So, die sind auf der Karte markiert. Ja, am besten zum X, glaube ich, ne? Äh, hier. Wenn du nochmal Maut verlangst, verhafte ich dich, ehrlich. Das ist mein Tor. Nein, nein, es ist nicht dein Tor. Ich warne dich. Jetzt geh mir aus den Augen. Wieso ist der nicht markiert? Du dich verhaftet. Warum ist der immer noch nicht markiert? Was, nein? Jetzt minimiert sich das Spiel, ne? Genau jetzt. Was? So, jetzt sind beide markiert. Ja, zum Glück sind die nicht die Allerhellsten. Ja, er darf keine Mautgebühr mehr verlangen. Das finde ich schon mal gut. Jetzt ist da irgendwie ein Sandkörnchen unter meiner Maus. Und da geht das nicht mehr ganz so gut. Hm, da sind jetzt zwei auf einem Fleck. Eine kommt ja auch gleich in die Ecke. Ah, Glück gehabt, er bleibt stehen. Ja, nachdem ich die letzten Aufnahmen mal angeguckt habe, nach dem Rendern, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass diese bisschen schlechtere Qualität als erwartet haben. Denn diese, diese Pünktchen. Mit wem spreche ich bitte? Ich bin's, Barajima Pan. Oh, ich dachte mir schon, dass du es bist, mein Freund. Wie geht es dir? Aber ja, und ich denke, es wird dir gefallen. Okay, das Passwort für heute ist... Bist du bereit? Maligatani, was meinst du dazu? Äh, war's das schon? Ja, das Passwort habe ich ja eigentlich jetzt. Hä, schläft der da? Hm. Wanns platzieren? So, die Wanns ist platziert. Und jetzt? Ja, was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich ist so in diesem roten Punkt, da reicht so oben noch ein kleiner, feiner Kreis drum zu, aber es ist dann im fertigen Video gar nicht so hervorgekommen, wie ich's erwartet hätte. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, ich bin fertig. Die Wanns ist platziert. Und jetzt? Und jetzt? Freund. Kann ich einen Freund? Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Und jetzt? Oh ja, ich kann einen Freund ankleben. Ähm, aber dann... Ich möchte ja jetzt zum Glück alle Folge speichern, denn die Munition möchte ich gerne behalten. So, was ist jetzt mit der Wanze? Hm, das war jetzt... Und ich weiß nicht, was ich machen soll. War doch schon überall. Ja, hm, ich hab leider keine Ahnung, was ich tun muss. Vielleicht muss ich mich doch oben in dem Raum verstecken. Jetzt geht der ja hinter diesen Vorhang. Hä? Das ist nun zu deinem Bestand. Ich fang nochmal von vorne an. Ich hab ja gespeichert. Und ich probier's im Raum. Einfach da. Mich drin zu verstecken. Da steht ihr ja schön mit dem Gesicht zur Wand. Sehr sinnvoll. Aber richtig helfen tut mir das auch nicht. Hm, was muss ich denn machen? Der wacht noch nicht mehr auf vor dem Licht. Wer macht diesen Lärm? Es gibt kein Entkommen für dich! Ja, hm, was soll ich denn machen? Jetzt wirst du leiden! Mir entkommst du nicht, Freundchen! Aha. Ich bin dir gerade entkommen. Oh, was soll ich denn machen, hm? Jetzt hab ich dich! Ah, ich bin total von der Rolle! Der hat endlich aufgewacht. Versuch nicht vor mir wegzulaufen! Äh, Mist. Au. Komm, hierher zurück! Gibt mir die Banane. Nee, ne? Nee. Nee, 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 nee. Äh. Äh. Ist der über die Banane gestolpert und die Treppe runtergefallen? Äh. Ich glaub's nicht. Mann, 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 Mann. Was muss ich denn machen, bitteschön? Ich hab doch die Wanze platziert. Äh. Äh. Ja. Äh. Hm? Ja, nochmal platzieren kann ich die Wanze nicht. Hä? Das ist sehr sinnvoll. Ja, den Code habe ich auch noch nicht von diesem blöden Ding hier. Warum das denn? Jetzt habe ich den Typen, der da geschlafen hat, festgeklebt. Und jetzt ist er aufgestanden und dann erst festgeklebt. Ja, was soll ich denn machen, bitte schön. Ja, ich habe euch auch alle lieb. Ich habe euch alle lieb. Alle, alle. Ja, zwei können schon nicht mehr. Oh, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss noch mal im Internet schauen, was ich überhaupt machen muss. Musik ist nicht schlecht beim Spielen. Muss ich schon so sagen. Aber das hilft mir jetzt wenig, wenn ich einfach nur die ganze Zeit der Musik zuhöre. Ja, ich weiß, dass ich verhaftet bin. Der Typ ist immer noch nicht aufgewacht. Da ist eine Schublade, ne? Da ist aber leider nichts drin. Ach, cool, den kann ich töten. Ich sage doch, du bist verhaftet. Ach, Quatsch. Muss ich den töten? Komm hierher zurück. Au. Cool, die treffen mich nicht, wenn ich geduckt bin. Das ist ja stumpf. Da kann ich die ganze Zeit geduckt laufen. Du bist nicht, hier wegzulaufen. Au, jetzt trifft er mich doch. Alle mir nach. Nein. Was läuft denn hier hoch? Au. Ja, okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Was fange ich mit dem Schlüssel an? Ach, vielleicht für den Tresor. Dann lass mich mal durch da... Aua, du sollst mich durchlassen. Ja, ich bin gleich tot. Oh ja, was für ein Tresor? Anders haben Personal. Das heutige Passwort sollte eigentlich Mulagatavni heißen, aber mein Gefühl sagt mir, dass der Boss es wieder ändern wird und das übliche. Balaji Malpani soll sich zusammenreißen oder er wird langsam und qualvoll eliminiert. Balaji Malpani. Geiles Passwort. Glaub nicht, dass du schon leicht davon kommst. Ähm. Das ist nur zu deinem Besten. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. So, okay. Das war also Sinn der Sache, dass wir einen Typen umbringen. Das muss natürlich gesagt werden. Ähm. Sonst wirst wir ja gar nicht was tun müssen. Also, auf zum X. Wo auch immer das ist. Das ist. Ne.